ja willkommen mein name ist dann die folge ich begrüße euch zurück zu let's play tales of graces in der letzten folge sind wir ja theoretisch schon mal aufgebrochen zum finalen kampf aber dann haben wir noch in den letzten 15 minuten glaube ich quests wie bekloppt gemacht und damit machen wir jetzt weiter ich würde am liebsten jetzt mal noch alle quest euphorie noch ein bisschen abklappern aber auch mit spro macht so eigentlich wäre mein team ist vollkommen anders egal wir machen jetzt erst mal einige quests weil ich will die noch alle durchkriegen vorwärtsspiel durchspielen und nicht so lange dauern doch jetzt dann können wir uns aufmachen zum final kam ich glaube blutsch hat doch noch so lange zu warten falsch person anfrage ansehen so rum und ehre habe ich auf screen hergestellt da kann man abgeben sagt ich glaube war neues gut eingestellt von tila wenn jetzt einfach jede tavern hier von jeder stadt einfach mal so durch und gucken mal was da ist machen können in der barona katakom gibt es ein modell das mich an meinen verstorbenen mann erinnert und es mir wenn jetzt finden könnt alles klar ach carrie der zwei mutter habe ich aber sehr jung gesprochen so du bekommst jetzt angriffsfluss geil aber kriegst du dann jetzt meinetwegen maximal du willst was anderes haben hier ja aber doch immer wird haben wir noch das kann noch 4 700 es wäre es war dann gehen wir mal zu nehmen barona katakomben kann man direkt die er mit dem schiff jetzt bekannt zu fliegen gekloppt was ich auch finde und dann suche man meinen katakomben noch so ein modell schiffchen da kann auch mal direkt gucken was hier dieses quest ist was wir machen müssen das stimmen da müssen wir besorgen muss man davon machen ich weiß ja alles nicht auswendig schon so lange er die schlimmsten quest sind ja noch wenn man so verdammt seltene sachen erstellen muss auch noch hier ist noch was wir machen wir das genau zum richtigen zeitpunkt dazu ich muss ein paar lagerfreude abholen würde es euch was ausmachen euch kurz mir schenke zu kümmern aber warum nicht genau willkommen freund was darf es denn sein überrascht mich wird gemacht denn hier nenne ich den morgen der morgen weint nie das bedeutet hoffnung für die zukunft und so hoffnung für die zukunft mein familiengeschäft in letzter zeit nicht mehr so richtig bin ein bisschen geknickt das ist wohl ziemlich offensichtlich reiner zufall hoffentlich habe ich euch nicht gekränkt ehrlich gesagt jetzt will ich erst rechts anpacken großartig na dann warte bitte ich halte das nicht mehr aus es ist tut mir leid bitte sein bin ich böse ich bin müde ich bin weg nein bitte sagt das nicht wenn sie immer zusammenkommen komm schon das war auch bloß ein dummer streit es ist ja nur wegen heute mit einer hoch geborenen frau wie dir zusammen zu sein das erinnert mich ständig an meine niedrige herkunft dann dann laufe ich eben von zu hause fort hey du kommst das einfach nicht oder das ist genau das was ich nicht hören will ich hänge mich jetzt aber der andere hat sich wahrscheinlich auch schönes erhängt mit seinem familiengeschäft was zu trinken gefällig und ein lover lass mich in ruhe geht aufs haus ich brauche eure mitleid nicht also gut dann drin kriegst warte wie heißt das marburg curry grog was das bedeutet hoffnung für die zukunft hoffnung es ist eure zeit nicht wert ja war klar hey danke dass ihr euch um meine schenkel gekümmert habt es ist schon wieder passiert verdammt dank für eure hilfe gestern abend ihr wisst dass ihr hier immer willkommen seid seid ihr soweit hauptmann jo ok malik kann wann kann ich euch wieder sehen er braucht mich nicht mehr und außerdem wenn ihr noch einen mabu curry grog wollten bis die nur den innerwart fragen ihr seid vielleicht einer fokus des malik kennt ihr diese arme hauptmann wir unterhalten uns später ich habe dir viel zu sagen okay wir haben nichts dafür bekommen was ich dachte wenigstens ein titel winkt dafür bei irgendeinem gegenstand okay war sowieso nicht da wo ich überhaupt zum beispiel zum gast haus müssen das gasthaus seid ihr weiter weil der einzeln barona katakom aber dann kamen wieder so und sowas und sowas und sowas und dann war ich hier und da und da ist jetzt geht nur zur anfrage was bräuchten stimmgabel und kriegt überhaupt her war vorher nicht da ich will mein piano stimmt finde ich stimmen gabel aber nicht vielleicht liegt sie an der küsten im norden von land okay müssen wir auch da ich muss die dinge zu ändern die ziele hier vergammelt irgendwie macht hat ich will nicht mehr aufs gehen so viel trainieren ich habe ich bin viel zu stark aber in schwierigkeit gerade um einen erhöht glaube ich wer habe ich nicht jetzt aber also keine kämpfe glaube ich ja was irgendwas anderes nach also weil das immer falsch was irgendwas noch erwartet hat in diesen partner jetzt kommen erst mal nur die ganzen die im quest das ist ja auch was oder oder das vielleicht war ein ding ins jahr das ganze ein bisschen schneller geht beim reisen aufreisen aufreisen auf ein bisschen schneller gewesen ist mit so ein bisschen schneller geht so in dem barona katakomben soll irgendwo was noch mal sind wir noch mal hier modell schiff genau an dem datt ihr mal mit danke modell schiffner ist wahrscheinlich ich weiß wort ist wir haben keine es gibt es nicht was nicht war ein level 1 gegner irgendwie so was wir rennen weg ist gut ist gut so da lang hier wandert ich meine mich zu erinnern hat hat an dem einzigen wichtigen ort hier ist ist nix da da liegt doch was modell schiff geil vor Ort nicht schnell dann gehen wir mal raus da kommen wir nicht raus da kommen wir wieder zum schloss da möchte ich nicht hinten so gut wenn man so tempo hat aber das war späer und schläft genau ich habe mir schon die ganze zeit gedacht das ist nur mein letzter angriff den espalier als art noch hat aber ich war mir jetzt nicht sicher kann ich auch von hier aus ja auch ich kann mich von hier aus teleportieren so ein dreck da kann man direkt das modell schiff abgeben manchmal glaube ich eher aus weg 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 ihr macht mich doch fertig sie sind voll schnell so wie sonic der hedgehog die keller ok so ist das hier nicht auch irgendwie in ort wo man tun können weil ich was damit werfen soll kein anderer haben da ist ja noch irgendwie und sagen wegwerfen darf keiner haben sondern gehen wir mal nach land und geben das modell schiff hat wird jetzt ein riesengroß hin und her sobald die wichtigen quests erledigt sind kommen die ganzen nervigen spiele quest hier aber irgendwie keine ahnung irgendwie nur so eine qualität oder so herstellen müssen die voll selten ist oder so unsere scherben die wir sowieso nicht besitzen obwohl ich habe bis jetzt noch keine scherben benutzt wahrscheinlich habe ich eine million von ihnen so oder schief und cutscene eine kackszene ich meine cutscene ihr seid also diejenigen die auf meine anfrage geantwortet haben dann muss ich euch bedanken was hat das modell dort unten zu suchen ich habe es weggeworfen einmal war noch vor eurer geburt hat neuer vater und ich einen streit er war ich war jung und launisch und so habe ich sein liebes modell geklaut nur um ihn zu ärgern und dann hast du es unter barona versteckt ernst nach mutter dort unten ist es wahnsinnig gefährlich früher war es das nicht ich habe es gestohlen als ich euren vater auf einen sehr auf seiner geschäftsreise nach barona begleitete fürs essen hat er das modell mitgenommen oh ja er fand dieses modell so schön und beigerte sich schlichtweg ohne es zu verreisen solange er daran arbeitete euer vater hätte wegen dem blöden ding fast seine eigene auszeichnungszeremonie verpasst auszeichnungszeremonie und sprichst du einmal hat er eine auszeichnung das königliche schwert des ehemaligen königs alten ja entschuldigt fürstin ist ein esbeland anwesend ich bin nur das fürst hier irgendwie ich bin esbeland herr es ist mir eine ähre euch mitzutaten dass euch eine königliche auszeichnung verliegen wird plot twist wie bitte mir das ist wunderbar esbel ich verbringe euch eine botschaft vom herzog dalem persönlich während der abwesenheit des königs wurde ich nichts lieber tun als eure feier zu veranstalten und die stimmung des volks zu heben allerdings haben wir in diesen mistlichen zeiten keine zeit für derartige veranstaltungen aus diesem grund habe ich beschlossen eine informelle zeremonie zur feier eures neuen titels des ehrenritters abzuwalten werdet ihr annehmen es ist meine ehre oh esbel dein vater wäre so stolz auf dich was um alles in der welt ist ein ehrenritter in einem wort nichts wie meint ihr das es ist nur ein titel daran sind weder ein spezieller staats noch besonderen befugnisse geknüpft es ist also wie ein kündliches schulterklopfen etwas in der art das ist doch super das bringt dich dein traum ein stückchen näher dankeschön aber mir ist gerade etwas eingefallen ich habe noch die kleidung die dein vater bei seiner auszeichnungszeremonie trug ich bin sicher er würde sie dir geben wollen danke mutter kostüm ne es beläht den titel ehrenritter so hat gemeistert hier nur für zivilisten die nation einen großen dienst erwiesen haben wow kostüm wechsel wir haben ein neues kostüm habe ich auch gar nicht mehr daran gedacht ich habe eigentlich voll viel kostüme und wird sich die eigentlich nicht ich weiß nicht ich habe es irgendwie ich habe irgendwie im moment verpasst ich finde diese story technisch müssen nicht sein es kommt ja noch viel so nebenkreis mäßig deswegen etwas geduld das projekt läuft schon seit einem jahr ungefähr mit will einfach nicht zu ende gehen ich sage was schlechtes wäre ich mag das spiel aber so langsam würde ich mal gern platz für neue projekte schaffen dann schaffe ich nur indem ich auch schon wieder was in dem ich irgendein projekt mal beende sagen wir können das kostümwechsel machen nachdem wir die gemeistert haben auf der 5 gemacht haben 750 nur hat hier aber wir sind verarschen 22 punkte minimal ist warum habe ich das nicht schon eher und hat hier angeflossen entschuldigung es gab jetzt das kann so 15 minuten wir haben schon hier ein paar questes erledigt man kann noch ein bisschen dauern stimmen gabel nach jahr zum ding es muss man dafür zum bohr kann ich nicht irgendwie ja genau küsten der zur küsten würde müssen wir genau also den stimmen gaben dann warum auch immer noch immer sie irgendwie dann stimmgabel verloren hat okay wir waren mal hier also kann sein hat sie ist irgendwann mal verliebt hat aber trotzdem alles klärchen so könnte das kack ding sein manchmal jobert muss das dinge noch mal warum habe ich jetzt weggerüstet war doch ich gewert oder mein gott wo wart jetzt sagt hier so hier kommen wir kommen wir so und fünf gut kritisch erlernt so jetzt kannst du wechseln ich weiß jetzt nicht mehr was du vorhatest aber ist mir auch egal einfach irgendwas hier das verteidigung da ist immer gut bei dir wo ist jetzt die stimmen gabel stimmen gabel tut voll wenig verbrauchen eine fixer dieses tempo dingen ich nehme an das ist da wo der baum ist oder leider wort luftschiff war wohl das doch unwahrscheinlich das ist eine ruhe stimmen gabel verkehr manchmal wünscht mir in dem spiel irgendwie so ein flucht sei das müsste ich doch bin ich immer noch nicht okay ich habe hier geht vielleicht schneller die mädels die mögen es hier nicht so zu schwimmen das kann man nicht baden und schau ja bin ich nass werden und herr so viel ist irgendwie egal sind fast alles manchmal egal hier ist der baum wo ich sagen wir mal hier so ein ding an todesblühen algen wenn ich mich ich kann mich ja auch nicht teleportieren mag ist da ach ja die dinge sie hat er die müssen wir auch noch machen ich habe noch so viel aber das spare ich mir so ganz am ende aufwahl kann man theoretisch schon machen aber bringt einer nix weil du kannst nicht weil sie nicht so einzelne level oder so ausgehen muss das schon dann komplett schaffen und ja kann okay irgendwie nur ein paar dinger zu schaffen dann wieder noch mal dahin zu gehen dann wieder ein paar dinger zu schaffen dann noch mal ein zu gehen aber dann mach mal wenn man stark genug sind dann machen alles auf einmal alles zusammen so ich stimmen gabel ja keine ahnung spiel ist ein riesen armer sollen ok brathähnchentopf ok mit so einem mixer drin glaube ich eine der tasten dieses klaviers ist verstimmt es ist ein hoher ton er sollte also einfach zu reparieren sein könntest du kurz warten während ich mich darum kümmere man das bringt erinnerung zurück du hast dieses lied immer für mich gespielt meine mutter hat es mir beigebracht soll ich dir etwas verraten sharia ich habe dieses lied immer nur für deinen vater gespielt sie war so schön erinnerst du dich an sie eigentlich nicht nein tut mir leid schon gut das einzige woran ich mich noch erinnere ist ihr gesicht ich weiß nicht mehr wie ihre stimme klang wie sie roch oder sonst irgendwas wenn ich so lange darüber nachdenke macht es mich wirklich traurig es ist nicht deine schuld du warst so jung als es passierte früher wusste ich noch alles mögliche von ihr also scheria weißt du noch wie du hubert und sophie vor sieben jahren weggegangen sind seit manche ich war so einsam espel du kannst dir nicht vorstellen ich wusste nicht was ich mit mir anfangen sollte ich wollte mich töten es war genau wie damals als meine mutter und mein vater gestorben sind es tut mir leid sharia wäre ich nicht so egoistisch gewesen vielleicht ich habe die briefe geschrieben weißt du aber ich konnte nie mit dem mut aufbringen sie abzuschicken wieso nicht ich wollte nicht darüber nachdenken was passieren würde wenn du nicht antworten würdest ich wusste dass du nicht gerne briefe schreibst weißt du und das kann ich nicht bestreiten ich will einfach nicht noch jemanden verlieren ich wünsche nicht dass noch jemand aus meiner erinnerung verschwindet ich spiele es ihm vor weil ich zu schüchtern bin um ihm zu sagen wie ich fühle also lässt sich das lieb für mich sprechen also hat er voll gebracht mach dir keine sorgen sharia es geht niemanden mehr es geht niemanden mehr irgendwo hin mein gott dann wirst du bleibst du bei what das lied sagt ihm die worte die ich so gerne aussprechen würde es sagt ihm dass ich ihn liebe was ich meine ist ja ja mach egal vergiss es einfach ok weißt du was meine mutter hat mir vor jahren mal ein kleid gegeben das könnte ich vielleicht als nützlich erweisen noch ein kostüm oh ähm in ordnung das wäre toll du musst hier warten warum ist das das kleid oder du bist zu jung ist zwar schön schön aber irgendwann wird es Sinn ergeben da ist überall eine Symbolik hinter oh mutter endlich erinnere ich mich an deine Stimme und ich verstehe was du meinst es tut mir leid dass das so lange gedauert hat ich wünschte ich könnte es ihnen sagen aber ich bin ich bin dir wohl zu ähnlich ja das muss es sein ich werde bald wieder klavier spielen so wie du es mir beigebracht hast ja mutter hey chariot hoch erschreck mich nicht so entschuldige ich wollte dir nur etwas sagen ja ich würde dir zurückschreiben wie bitte wenn du mir je schreiben willst würde ich ganz bestimmt antworten also musst du dir darüber keinen Gedanken mehr machen ich muss dir auch keine Briefe mehr schreiben naja ich glaube du hast recht ich möchte dass du mir irgendwann wieder beim spielen zuerst würdest du was tun ja klar wenn du willst ich werde dich daran erinnern er lass uns gehen die bernstein gewonnen ah oh das ist gut er ist irgendwie eines der stärksten emotional Pianistin so das rüsten wir direkt aus weil das ist richtig gut das Ding ich kann nur cherry ausrüsten und das ist glaube ich das stärkste gewandt was sie ausrüsten kann wenn ich jetzt finden würde hier ja warte oh mein ja ja für den effekt erholungsartseffekt ja das ist mal eindeutig richtig gutes Ding du kannst direkt den Pianistendingen ja ausrüsten ja verteidigungen ja immer noch da ja ja da kommt schon an noch irgendwas hier schon wieder was aufgetaucht na Lunarfußkette mal ein paar Sachen ja noch offscreen machen wieder ein Land das ist auch weil ich kein Zeug hier irgendwie wegschmeißen weil ich immer irgendwann irgendwas mal brauche offscreen werde ich wahrscheinlich hier warte mal Thunfisch ich brauche Thunfisch genau ich will ganz vergessen hier Thunfisch wo ist Thunfisch gib mir Thunfisch ja 6,7 das dauert ewig dann gucke ich mal ob ich nicht irgendwie offscreen oder so kaufen kann kann man ja auch gucken ja auf der Karte kommst du her so so mein Gott wieviel Dinger ja und schon wieder voll hoch geballert und dann nehmen wir einfach das hier dann gehen wir bei andere Questen ab die wir noch so ganz schnell ich bin noch alles hier in den Park schaffen die Halskette davon haben wir ich löse oft so viele von denen warte hier ja hei 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 ok 25 minuten das reicht wohl so magische Karte Nummer 67 ok vielen Dank Ines Karte oha eine blendende Schönheit wo aus die ist keine Ahnung kenne ich nicht wie Tates of Innocence oder irgendwie sowas oder Rebirth oder keine Ahnung Angriff Plus her damit ich dachte nicht schon warum habe ich dachte nicht schon vorher so da ist nur Vitalität Lachen wir euch auf Screen wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Breaths F wo wir noch weitere Quests erledigen werden und Cutscenes angucken werden und uns für den finalen Kampf vorbereiten werden und so weiter und so fort ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss